Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Unity Build. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben bei diesem Feld. Wir machen jetzt auch hier mal weiter. Wir waren dabei stehen geblieben, darüber zu diskutieren, wie wahnsinnig, wahnsinnig nervig, doof die Leute sind, die das Internet verurteilen, weil es angeblich schlechte Medienerstattung ist. Ich bin mir übrigens sicher, dass die meisten, die jetzt auch mir hier zugucken, sich inzwischen mehr für Nachrichten interessieren, als es noch zu meiner Zeit die Jugendlichen in eurem Alter gemacht haben. Wenn ihr so 14 seid, 13, keine Ahnung, im Alter von 13, 14 hat in meiner Klasse wahrscheinlich nur zwei Personen, wenn überhaupt, so geschätzt, Nachrichten geschaut. Ich bin mir sicher, das ist bei fast allen Klassen so gewesen. Warum? Damals war das Einzige, wie man Nachrichten sehen konnte, dass man praktisch hier den Fernseher anmachen musste. Für die Leute, die es übrigens irgendwie vergessen haben sollten. Wir haben das letzte Mal ja darüber gesprochen, dass jemand gemeint hat, warum wurde er erst jetzt gewarnt? Interessant. Dass jemand gemeint hat, dank dem Internet würde sich die Jugendlichen weniger politisch bilden. Ja, damals, in meiner Zeit so als Jugendlicher mit 13, 14 Jahren, da hatten wir unsere tollen, den tollen Fernseher, wo schon damals keinen Jugendlichen mehr interessiert hat. Und da waren die Nachrichten. Und das war es dann eigentlich so ziemlich. Die restlichen Nachrichten hat man eigentlich nicht bekommen. Also anders. Oder man hat sie schon bekommen, aber es war nicht so verbreitet. Heutzutage bin ich mir sicher, dass die meisten von euch LeFloid gucken. Und allein schon das, es sind nicht alle Nachrichten, die auf der Welt passieren. Es sind halt immer nur große, rausgepickte Nachrichten. Und natürlich passiert viel mehr auf der Welt. Und LeFloid reicht sicherlich nicht, um sich politisch zu bilden. Und ich bin mir sicher, wenn er dieses Video sehen würde, würde er mir da sogar zustimmen. Es ist ein guter Ansatz, aber es ist nicht genug. Man sollte mehr gucken. Also ich gucke zum Beispiel auch noch gerne, was geht ab. Und dann gibt es auch noch sowas wie hier eben am Handy. Die Apps, von denen ich ja schon das letzte Mal gesprochen habe. Die gab es damals, aber das gab es halt damals, hat man das alles zu früher nicht so verwendet, weil damals gab es auch gar kein Smartphone. Und ja, ich finde, ich denke, die meisten von euch bilden sich zumindest teilweise politisch inzwischen wesentlich mehr. Die meisten von euch haben mehr Ahnung von der Politik als damals jugendlich. Und weil sie eben leichter an die News kommen, weil sie auf eine viel zugeschnittenere Art kommen. Im Internet gibt es so viele verschiedene Leute, die so verschiedene Formate machen, in denen auch viele eben die News vorlesen. Und das heißt, man kann sich im Internet eigentlich raussuchen, was man hören will, wie man es hören will. Wenn einem ein Moderator nicht gefällt, dann guckt man woanders. Man hat genug Auswahl. Das ist im Fernsehen nicht immer so. Im Fernsehen gibt es halt die paar Sender, die immer die gleichen Nachrichten haben. Ohne Witz, meine Großeltern haben als die Nachrichten in verschiedenen Kanälen aufgenommen, um sie eben auch auf verschiedene Arten politisch zu bilden und zu informieren. Und die haben die aufgenommen. Und es ist kein Witz, Leute. Leute, es kamen auf gewissen Sendern genau, genau die gleichen Meldungen, also genau gleich vorgelesen, wie bei anderen Sendern, weil es halt zum gleichen großen Senderding kommt. Es wurde nur von einem anderen Typen vorgelesen. Das war das Einzige. Die Texte waren genau die gleichen. Boah, sieht das cool von innen aus inzwischen. Ja, krass. Ob die noch mehr Heu brauchen? Ich weiß es nicht. Ich muss mal in der Konflik fragen. So, jetzt sehen die Felder auch cool aus, finde ich. Jetzt haben die nämlich so ein bisschen so ein... Da fehlt noch was. Jetzt haben die so ein... Sie heben sich ab von der Umgebung und man merkt halt sofort, wo Felder sind. Das hat was, das hat was doch. Und es würde sich auch gut im Weg anpassen. Beim Weg muss man ja noch gucken, wie wir den dann machen hier. Das weiß ich noch nicht. Ich will da aber auch ehrlich gesagt gar nicht so weit eingreifen. Das ist ein bisschen problematisch. Ich mache mal hier noch weiter Waldforstung. Wir brauchen eh mehr Saplings, damit wir eigentlich den Wald noch ein bisschen dichter um die Scheune wieder bauen können. Ich habe verdammt viele Birken-Saplings, aber die sind nicht so schön zum einen dichten Wald machen. Weil hier stehen eh schon viele Birken-Saplings. Dann machen wir hier mal noch einen kleinen Birkenwald hin. Also einen dichteren. Ich denke, so an der Scheune angrenzen, einen dichten Wald zu haben, ist nämlich gar nicht mal so schlecht. So. Ja, zurück zum Thema. Politisch informieren. Was ist denn mit diesen blauen Säulen los? Achso. Ah, das sind die Abgrenzungen für das Gebiet. Ahaha. Verstehe. Ich war kurz davor, sie abzubauen. Da ist ein Hase auf dem Baum. Okay. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr so euch informiert. Ob ihr euch überhaupt informiert. Ob ihr sagt, Politik geht euch am Arsch vorbei. Ähm, zu den Leuten kann ich nur sagen, an alle, die denken, hier, Politik ist doch egal. Wir können eh nichts verändern. Mit der Einstellung kann man sicherlich nichts verändern. Mit einer anderen wahrscheinlich schon. Ähm, ich bin kein Fan davon, zu sagen, yo, steck den Kopf in den Sand, äh, in das Sand. Steck den Kopf in das Sand. Und, ähm, scheiß doch drauf, weil du kannst eh nichts verändern in dieser Welt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns wirklich was verändern können. Ähm, wir als YouTuber, als auch ihr als Zuschauer, oder auch ganz normal, einfach so, ohne irgendwie Zusammenhang mit YouTube und größeren Massen. Jeder kann was ändern in der Welt. Er muss es nur wollen und tun. Und ich denke, äh, es gibt genug Punkte, die man, wo man einsetzen sollte, um diese Welt zu ändern. Übrigens, das ist der Grund, warum ich nie Politiker werde, ne? Äh, ich bin ein Weltverbesserer. Ich, ich möchte die Welt in allen Belangen so verbessern, dass sie schöner wird. Deswegen spende ich jedes Jahr ein bis zwei Mal, mache ich ja hier im Rahmen mit YouTube zusammen, spende ich ja immer, ähm, ein bisschen, ein bisschen Geld an irgendeine wohltätige Organisation. Das heißt, jetzt auch dieses Jahr wieder im, oh, zu meinem Kanal Geburtstag halt, kurz danach, meistens so einen Monat danach. Ey, was hier entsteht, ist voll cool. Das sieht cool aus. Ähm, ich möchte mir die Stadt mal angucken noch, weil jetzt haben wir ja schon, oh nein, nee, das machen wir in der nächsten Folge. Komm, wir gucken uns in der nächsten Folge die Stadt an. Wir laufen den Schnurrstreichs nochmal zurück und gucken uns nochmal an. Hier lassen wir mal Kommentare noch da, zum Bauernhof, was man da verändern könnte. Was man vielleicht verändern sollte, äh, wäre ganz, äh, cool. Ich bin mir auch im Überlegen, ob da ein Kiesweg besser passt, aber andererseits, wir haben jetzt überall keinen Kiesweg gemacht, dann passt hier wahrscheinlich auch keiner unbedingt rein. Äh, jetzt habe ich hier Heu. Sollen wir da noch Heu reinlegen, so ein bisschen? Ja, doch was, oder? Das Feld da ist fertig, oder? Nein, guck mal, das Feld ist nicht fertig. Dann machen wir erstmal das. Ähm, ach, du Blödmann, wer das war, ey. Ich kann es mir ja schon fast wieder denken, wer das war. Machen wir hier mal das Feld fertig, weil das kann ja nicht so angehen, dass das nicht bis zum Ende gewachsen ist. Wir müssen uns ja ein bisschen beeilen. Es ist ja schon, bei mir ist es Donnerstag, das heißt, wenn ihr die Folge seht, ist wahrscheinlich schon relativ, ähm, jetzt ist dieser Bau schon fast vollendet, oder wahrscheinlich ist er vollendet dann, bis dato. Ähm, und wenn er vollendet ist, also wir haben ja nur eine Woche Zeit, um das zu vollenden, dann wird ja bewertet, wer den, wer das bessere Gebilde hat, gemacht hat. Und das Gewinnerteam kriegt ja irgendwie zehn Diamanten, jeder, also jeder vom Gewinnerteam kriegt zehn Diamanten, nicht das gesamte Team. Und natürlich wäre das schön, die zu haben, ist ja klar. Also, man will ja auch den anderen nichts gönnen. Wobei andererseits, die Community hier ist echt cool, macht wirklich Spaß mit den Leuten, aus Unity Build zu arbeiten. Ähm, ist eigentlich schade, dass man sich so selten unterhält, weil man doch, also die wenigste Zeit sitzen wir zusammen auf dem TS leider, muss man gestehen, ähm, und labern einfach nur. Das liegt einfach daran, dass die meisten von uns, äh, also zumindest geht's mir so, ich weiß nicht, ob die anderen viel auf dem TS machen, aber ich hab halt schon so eine Community jetzt, ähm, die damalige Gamers, äh, nicht Gamers Village, oh Gott, nein, ähm, die, die, die Ding, äh, die Mindfaction Community, gucken wir mal jetzt die Konkurrenz an, ach komm, wir gucken dir jetzt in zwei Minuten die Konkurrenz an, die damalige, ähm, äh, Mindfaction Community, die hat ja, ähm, auch noch immer ihren TS laufen, von Dubi, der läuft ja noch, und, ähm, ja, da ist, äh, doch, cool, also die haben hier was ganz schön Großes gebaut, man kann leider innen drin noch nicht hoch, hab ich, wenn ich das richtig gesehen hab, ähm, aber auf jeden, oh, cool, ähm, auf jeden Fall hocke ich da halt die meiste Zeit, wenn ich überhaupt auf den TS hocke, ich mein, man hat ja dafür auch nicht immer Zeit, und dann ist es ein bisschen schwer, auf den anderen auch noch zu gehen, ähm, aber wer weiß, vielleicht wird sich das auch irgendwie nochmal ändern, wenn halt endlich dieser blöde Root-Server da wäre, dann könnten wir vielleicht alles zusammenlegen, da hätten wir genug Slots und alles, aber das ist einfach alles noch ein bisschen schwierig mit der Planung, ich weiß noch nicht mal, ob der wirklich kommt jetzt, weil ein paar Leute wieder abspringen, ähm, aber das soll nicht eure Sorge sein, eure Sorge sollte lieber sein, wann ihr das nächste Mal bei meinen Videos vorbeischaut, denn das war's diesmal wieder, mein Name ist Light, over and out!